Das Universum ist gewaltig und geheimnisvoll. Kürzlich wurden auf Proxima Centauri B schwache Lichter entdeckt, die Stadtlichtern ähneln. Könnten diese Lichter ein Beweis für eine fortgeschrittene Zivilisation sein? Die Möglichkeit ist aufregend und beängstigend zugleich. Die Zukunft der Menschheit könnte davon abhängen. Proxima Centauri B, ein Exoplanet in der habitablen Zone von Proxima Centauri, ist nur 4,24 Lichtjahre entfernt. Er wurde 2016 entdeckt und hat die 1,27-fache Masse der Erde. Die Entdeckung potenzieller Stadtlichter hat Proxima B in den Fokus unserer Suche nach außerirdischem Leben gerückt. Die Reise zur Entschlüsselung seiner Geheimnisse hat gerade erst begonnen. Elon Musk gab eine bahnbrechende Entdeckung bekannt, Lichtmuster von Proxima Centauri B, die Stadtlichtern ähneln. Das James-Webb-Weltraumteleskop hat Bilder aufgenommen, die Lichtansammlungen auf dem Exoplaneten zeigen. Könnten diese Lichter ein Beweis für eine technologisch fortschrittliche Zivilisation sein? Musk verkündete, dass dies der erste konkrete Beweis für außerirdische Intelligenz sein könnte. Das James-Webb-Weltraumteleskop, das 2021 gestartet wurde, hat die rätselhaften Lichter von Proxima B eingefangen. Seine Fähigkeit, künstliches Licht zu erkennen, könnte auf eine Zivilisation hindeuten, die riesige Energiemengen nutzt. Das Teleskop hat die Exoplanetenforschung revolutioniert. Die potenzielle Entdeckung von Stadtlichtern hat es ins Rampenlicht gerückt. Die Entdeckung von Lichtern auf Proxima B hat Spekulationen ausgelöst. Natürliche Phänomene könnten die Lichter erklären, aber die Möglichkeit einer außerirdischen Zivilisation ist verlockend. Wissenschaftler analysieren die spektralen Signaturen der Lichter, um ihre Natur zu bestimmen. Welche Art von Zivilisation könnte auf Proxima B existieren? Das Universum wimmelt von Sternen, von denen jeder potenziell Planeten beherbergt. Das Fermi-Paradoxon fragt, warum wir trotz der hohen Wahrscheinlichkeit ihrer Existenz noch keine außerirdischen Zivilisationen gefunden haben. Die Theorie des großen Filters legt nahe, dass Barrieren Zivilisationen daran hindern, ein Niveau zu erreichen, auf dem sie entdeckt werden können. Andernfalls sollte die Galaxie von Zeichen außerirdischen Lebens wimmeln. Die potenzielle Entdeckung von Stadtlichtern auf Proxima B wirft Fragen zum großen Filter auf. Wenn diese Lichter ein Beweis für eine fortgeschrittene Zivilisation sind, könnte dies bedeuten, dass die Menschheit gefährliche Entwicklungsstufen durchlaufen hat. Oder liegt die wahre Herausforderung darin, die Selbstzerstörung zu überwinden? Die Entdeckung könnte einen Schatten auf die Zukunft der Menschheit werfen. Die Theorie des großen Filters erinnert uns an die Herausforderungen und die Verantwortung, die es mit sich bringt, eine intelligente Spezies zu sein. Die potenzielle Entdeckung einer außerirdischen Zivilisation unterstreicht die Notwendigkeit von Bescheidenheit und Weisheit. Sie fordert uns heraus, unsere Werte und unsere Beziehung zu unserem Planeten zu hinterfragen. Wir müssen den Kosmos mit Verantwortung und dem Willen zur Erhaltung des Lebens erforschen. Die Science Fiction setzt sich mit der Ethik des Kontakts mit außerirdischen Zivilisationen. Die Prime Directive in Star Trek verbietet die Einmischung in fremde Kulturen. Wenn die Lichter auf Proxima B Zeichen intelligenten Lebens sind, muss der Kontakt mit Vorsicht angegangen werden. Wir müssen den potenziellen Nutzen des Kontakts gegen die Risiken abwägen. Der Wunsch, mit einer anderen intelligenten Spezies in Kontakt zu treten, ist tief im Menschen verwurzelt. Die Entdeckung von Leben auf Proxima B wäre eine noch nie dagewesene Gelegenheit. Diese Neugier muss jedoch mit Verantwortung gezügelt werden. Wir dürfen die Fehler der Vergangenheit nicht wiederholen und müssen dem Kontakt mit Respekt und Demut begegnen. Die potenzielle Entdeckung einer fortgeschrittenen Zivilisation auf Proxima B stellt unsere politischen Systeme vor Herausforderungen. Einige sagen eine neue Ära der globalen Zusammenarbeit voraus. Diese Einheit könnte zu neuen internationalen Organisationen für die Weltraumforschung und die interstellare Diplomatie führen. Der Reiz des technologischen Fortschritts durch Zusammenarbeit könnte die Kooperation fördern. Die Geschichte zeigt, dass Begegnungen zwischen Zivilisationen mit unterschiedlichem technologischem Entwicklungsstand selten friedlich verlaufen. Die Angst, schwach zu erscheinen, könnte zu einem Wettrüsten führen. Dies könnte Ressourcen von dringenden globalen Problemen abziehen. Das Konfliktpotenzial um außerirdische Ressourcen ist ein wiederkehrendes Thema in der Science Fiction. Die Aussicht auf die Begegnung mit einer Zivilisation, die in der Lage ist, Städte auf Proxima B zu errichten, beflügelt die Fantasie mit der Möglichkeit eines großen Wissensaustauschs. Stellen Sie sich vor, wir könnten die Geheimnisse des Universums nicht durch jahrhundertelange, mühsame Forschung lüften, sondern durch einen Dialog mit Wesen, die vielleicht schon einige der größten Rätsel des Kosmos entschlüsselt haben. Die potenziellen Vorteile einer wissenschaftlichen Zusammenarbeit sind atemberaubend. Die Bewohner von Proxima B könnten über fortschrittliche Technologien in Bereichen wie Energiegewinnung, Medizin, Materialwissenschaften oder sogar Reisen mit Überlichtgeschwindigkeit verfügen. Stellen Sie sich vor, wir könnten die Energie ihres Sterns Proxima Centauri nutzen und die Energiekrise der Erde auf eine Weise lösen, die noch vor wenigen Jahren unmöglich schien. Denken Sie an die medizinischen Durchbrüche, die Ausrottung von Krankheiten, die die Menschheit plagen, durch den Zugriff auf das Wissen einer Zivilisation, die vielleicht schon das Altern besiegt und die Lebensspanne verlängert hat. Abgesehen von den praktischen Anwendungsmöglichkeiten sollten wir auch die philosophischen und existenziellen Erkenntnisse bedenken, die sie uns bieten könnten. Was ist die Natur des Bewusstseins? Gibt es andere Dimensionen? Was ist das endgültige Schicksal des Universums? Dies sind Fragen, die die Menschheit seit Jahrtausenden beschäftigen. Und vielleicht warten die Antworten darauf nur 4,24 Lichtjahre entfernt auf uns. Abschnitt 2 Die technologische Kluft über Brücken, Träume und Gefahren Die Realität der Interaktion mit einer potenziell höher entwickelten Zivilisation birgt einzigartige Herausforderungen. Der technologische Graben könnte die Kommunikation und den Wissenstransfer erschweren. Stellen Sie sich vor, Sie müssten einer Zivilisation, die noch immer Steinwerkzeuge benutzt, Quantenmechanik erklären. Ihre Technologie könnte so fortgeschritten sein, dass sie für uns wie Magie erscheint. Wir müssten vielleicht ein neues Verständnis von Physik und Biologie entwickeln. Dieses Ungleichgewicht wirft Fragen der Machtverhältnisse auf. Wäre der Wissensaustausch gleichberechtigt? Oder würden wir abhängig werden? Abschnitt 1 Ein Gobelin der Zivilisationen Die Entdeckung von Stadtlichtern auf Proxima B deutet auf die Existenz einer Zivilisation hin. Eine Welt, die gezeitengebunden ist, mit einer Hemisphäre in ewigem Tageslicht und der anderen in ewiger Nacht. Der kulturelle Austausch hat das Potenzial, beide Zivilisationen zu bereichern. Stellen Sie sich die Schönheit und Komplexität Ihrer Musik vor. Ihre Literatur, gefüllt mit Geschichten und Figuren, die von Ihrer einzigartigen Evolutionsgeschichte geprägt sind. Ihre wissenschaftlichen Entdeckungen inspiriert durch andere Arten der Beobachtung. Dieser kulturelle Austausch könnte unsere Perspektiven erweitern und neue Kreativität inspirieren. Abschnitt 2 Die Tücken der Wahrnehmung Kultureller Austausch ist bereichernd, aber auch riskant. Unterschiede bergen Potenzial für Missverständnisse und Konflikte. Unsere Wahrnehmung ist von kulturellen Vorurteilen geprägt. Stellen Sie sich eine Zivilisation vor, die durch Telepathie kommuniziert. Ihre Strukturen und Rituale könnten stark abweichen. Ihr Verständnis von Gut und Böse ist anders. Feindseliges Verhalten könnte Freundschaft ausdrücken. Unsere Diplomatie könnte als Bedrohung missverstanden werden. Ein Missverständnis könnte Konflikte auslösen. Kultureller Austausch erfordert Demut und Empathie. Seit Jahrzehnten fesselt der Traum von der Besiedlung anderer Planeten die menschliche Fantasie, beflügelt von Science Fiction und dem Ehrgeiz, die Zukunft der Menschheit über die Erde hinaus zu sichern. Mit der Entdeckung von Proxima B, einer potenziell bewohnbaren Welt in verlockender Nähe, gewinnt die Frage der extraterrestrischen Kolonialisierung neue Brisanz. Doch die mögliche Existenz einer Zivilisation auf diesem Planeten wirft einen Strich durch unsere kosmischen Bestrebungen und zwingt uns, uns mit den ethischen und rechtlichen Schwierigkeiten der Inanspruchnahme von Territorium außerhalb unserer eigenen Welt auseinanderzusetzen. Der Weltraumvertrag von 1967, ein Eckpfeiler des internationalen Weltraumrechts, verbietet es den Nationen, Souveränität über Himmelskörper zu beanspruchen. Diese rechtliche Unklarheit schafft eine Grauzone, die die Frage der Kolonialisationsrechte der Interpretation überlässt und potenziell Konflikte auslösen kann. Stellen Sie sich das Gerangel um Ressourcen vor, den Ansturm auf die Errichtung von Siedlungen. Die Geschichte des Kolonialismus auf der Erde mit ihrem Erbe der Ausbeutung, Gewalt und kulturellen Zerstörung ist eine Mahnung, die Fehler der Vergangenheit nicht auf kosmischer Ebene zu wiederholen. Die Entdeckung von Stadtlichtern auf Proxima B bietet uns die Gelegenheit, unsere Rolle im Kosmos neu zu definieren. Anstatt die Weltraumerkundung mit einer kolonialen Denkweise zu betreiben, können wir zu Hütern und Beschützern des Lebens jenseits der Erde werden. Dieser Perspektivwechsel erfordert die Anerkennung der inhärenten Rechte der Bewohner von Proxima B. Stellen Sie sich eine Zukunft vor, in der wir Brücken des Verständnisses und der Zusammenarbeit bauen. Forschungsposten, die sich der Erforschung ihres Ökosystems und dem Austausch von Wissen widmen. Dieser Ansatz bietet einen ethischeren und nachhaltigeren Weg für die Zukunft der Menschheit im Weltraum. Die mögliche Entdeckung einer fortgeschrittenen Zivilisation auf Proxima B hält der Menschheit einen Spiegel vor, der sowohl unsere Stärken als auch unsere Schwächen widerspiegelt. Seit Jahrhunderten definieren wir uns über unsere Errungenschaften, unsere technologischen Fähigkeiten und unsere Herrschaft über die Natur. Wir haben Städte gebaut, Kontinente erkundet und sind sogar zum Mond gereist, angetrieben von einer unstillbaren Neugier und einem unerschütterlichen Glauben an unseren eigenen Einfallsreichtum. Doch trotz all unseres Fortschritts werden wir immer noch von uralten Konflikten geplagt, die von Gier, Stammesdenken und dem Streben nach Macht angetrieben werden. Wir führen Kriege, beuten die Ressourcen unseres Planeten aus und kämpfen darum, die Herausforderungen von Armut, Ungleichheit und Klimawandel zu bewältigen. Die Entdeckung einer anderen intelligenten Spezies, insbesondere einer, die uns in Bezug auf die technologische und soziale Entwicklung vielleicht überlegen ist, zwingt uns, uns mit den Grenzen unseres derzeitigen Kurses auseinanderzusetzen. Stellen Sie sich eine Zivilisation vor, die gelernt hat, im Einklang mit ihrer Umwelt zu leben, die Krankheit und Armut ausgerottet hat und die die Spaltungen überwunden hat, die unsere eigene Welt plagen. Die Existenz einer solchen Zivilisation wäre ein eindrucksvolles Zeugnis für die Möglichkeiten der Intelligenz und würde einen Hoffnungsschimmer bieten, dass auch die Menschheit ihre selbst auferlegten Grenzen überwinden kann. Im Jahr 1990 richtete die Raumsonde Voyager 1, als sie sich dem Rand unseres Sonnensystems näherte, ihre Kamera zurück auf die Erde und nahm ein inzwischen ikonisches Bild unseres Planeten als winzigen blauen Punkt auf, der in einem Sonnenstrahl schwebt. Dieses Bild, das den Namen Pale Blue Dot, blassblauer Punkt, erhielt, diente als ergreifende Erinnerung an die Zerbrechlichkeit unserer Heimat. Die mögliche Entdeckung von Leben auf Proxima b bietet eine ähnliche Gelegenheit zur Perspektivübernahme, eine Chance, uns selbst nicht als Herren des Universums zu sehen, sondern als Bewohner eines kleinen und kostbaren Planeten. Diese Erkenntnis könnte tiefgreifende Auswirkungen auf unsere Prioritäten haben. Die potenzielle Entdeckung von Stadtlichtern auf Proxima Centauri b hat die Menschheit an einen Scheideweg ihrer Geschichte geführt. Dieser verlockende Blick auf eine mögliche außerirdische Zivilisation stellt unsere langgehegten Annahmen über unseren Platz im Universum infrage. Das Universum hat uns einen Spiegel vorgehalten, der uns sowohl die Brillanz unserer Errungenschaften als auch die Schattenseiten unserer Fehler vor Augen führt. Dies ist nicht die Zeit für Angst oder rücksichtslosen Ehrgeiz, sondern für nachdenkliche Besinnung und ein erneutes Bekenntnis zu den Werten. Das Universum ist ein riesiger und wundersamer Ort, gefüllt mit Möglichkeiten. Die mögliche Entdeckung von Leben auf Proxima b erinnert uns daran, dass wir Teil von etwas Größerem sind. Unsere Entscheidungen heute bestimmen unser Schicksal und unsere Beziehung zu anderen Zivilisationen. Werden wir uns dem Unbekannten mit Mut und Mitgefühl öffnen? Dies ist unser Moment, unsere Chance zu beweisen, dass wir des Lebens würdig sind. Lasst uns weise wählen und lasst uns gut wählen.